hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu battlezone zu einer neuen erfahrung auf trend 17 tv und wie ihr schon sehen könnt mein joystick ist hier wieder virtuell kann sich auch mal virtuell schön anschauen so wir wollen jetzt aber gar nicht lange rum kaspern ja euer transak heißt euch willkommen bei trend 17 tv und battlezone und ich hoffe dass ich hier nicht allzu stark ver kacke sag ich mal so so hier kann man sogar auf die ist das heftig ich habe die ennemis territory ich hexagon repräsentent ist richtig so your mission is to reach confront and destroy the aiko selecter zone and launch when ready okay Oh, krass Okay Wow Die ganzen Geräte hier Die ganzen Bildschirme Jetzt müsste ich hier nur noch Gas geben können Das wäre es noch Echt krass Okay Lass uns starten Steuern können wir noch nicht Ach, das geht jetzt nach oben Okay Wow Battlesoon, der kennt Battlesoon noch Aus dem Jahre, ich glaube 84, 83 Von Atari 2600 Das ist jetzt Battlesoon 2016 Auf VR Sony VR Okay Then fire Using R2 Ach, das ist da oben Wow, ist das heftig Okay Press Okay To lock Ich habe R2 Press R2 To fire At Door lock Aha Okay Das ist doch door lock Wo das ist ja das Schloss Wo ist das Schloss Wo ist das Schloss Die Frage Eigentlich müsste das doch das Schloss sein Oh, da ist das Schloss Das so rot ist Aha Okay Immerhin Immerhin Wow Willkommen am Bord des R2 Enterprise Krass Und auch noch coole Techno-Mocke hier an Bord So liebe ich das Ah, ich muss hier runter Okay Wow Das ist ja cool Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das so cool ist Okay Kann ich den aufschützen Ja Medium Tanks Avoid incoming fire Aim for the rear It's unshielded Wow 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 Okay Ich will hier mal ein bisschen weiter gucken Ich habe keine Ahnung wie viel mein Panzer hier abkann Aber ich werde so viel wie möglich hier von der Umgebung sehen Wow Battlezone 2016 auf Sony Playstation VR Und natürlich auf Trans17TV Eure Nummer 1 für VR Hoffe ich doch Hier können wir eine schöne Ehrenrunde drehen Wow, das macht echt Spaß Ich bin eigentlich nicht so viel Panzer, muss ich ganz ehrlich sagen Kann ich hier die Points aussammeln Ja, ich glaube diese Points kann ich auch sammeln Und dann kriege ich wahrscheinlich irgendwie Power Sehr cool Wow, was ist das für eine lange Demo Krass Sehr geil Oh, der Lichteinfall ist so heftig Das sieht so echt aus Richtig gut gemacht Man denkt echt, die Sonne geht auf Weil ich hier seitlichen Lichteinfall habe Das scheint hier seitlich ins Fenster rein Jo Den haben wir auch Wow Oh Ich gehe mal lieber frisch weg Ja Wow 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 Krass Ach, von da oben jetzt auch ganz platte Oh Oh, ich habe hier Jetzt habe ich seitliches Maschinengewehr Geil Jetzt hätten wir sie dann noch ein bisschen besser Wow Wow Ist das cool Das Spiel Wow Wow Battlezone 2016 Sehr cool Ich hoffe es macht noch einigermaßen Spaß Wenn ja, dann lasst doch bitte einen netten Kommentar Vielleicht auch ein Like Würde dem Projekt sehr weiterhelfen Und mir natürlich auch Wow 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 Was ist das denn Wow Was ist das denn Es gibt noch ein Level Kann ich hier auswählen jetzt Zone in section contact Das war's meine Lieben Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen Ich bedanke mich bei euch Ich bedanke mich bei euch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.